Alter, slide it over! Eine goldene Pistolero, Alter, eh? Noch ein bisschen Pace-Off, Bitches, John Woo, Tatsache. Leo konfrontiert ihn, Vincent nähert sich. Ey, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, mehr dein Bier. Der hat deinen verfickten Bruder über den Haufen geschossen, eh? Er hat sich dafür in den Knast gesteckt. Noch eine beschissene Nummer in meiner Hinsicht, aber du wirst mir sicher noch einen Backpfeife übrig lassen. Das stimmt. Ham! Ham! Was zur Hölle kommt jetzt? Oh, shut the fuck up! One more word from you and I'll put a bullet in your face! Wait, wait, wait! Leo, I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. Pfft. Scheiß drauf, du Spass. Aber ein netter Bonus. Ausgesorgt. Bis ans Lebensende. Fuck. Scheiße, Scheiße, ich weiß ja nicht, Kim. Das ist das Mindeste. Ich würde auch im Winkel des bescheuerten Tresors stehen. Komm schon, Vincent, Mann. Warum nicht die Packen mitnehmen, ey? Müsst du nicht noch... Alter, 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 alter. Interessant, interessant. Ich hab ihn eigentlich genau in seinem Köpfchen... für... äh... ...wei... Ah, komm mal hier. Interessant, ich kann mich nicht bewegen. Interessant, interessant! Oh, fuck! Ich wollte bam, 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 bam machen! Hey, das war doch auch genau eigentlich... ...natürlich irgendwie so... Oh mein Gott, oh mein Gott, du verfickte Mistgeburt. Das ist der verfickte Oberhammer! Ey, das hätten sie noch zwei, drei Sekunden länger laufen lassen können. Ah, boah, 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 boah. Neh. Neh. Shit! More men are coming, we gotta go, come on! Ja, Mann, Alter! Damn! Nice, 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 nice! Den, 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 den... Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Ándale, ándale! De Mechucrido de la Escapaza, el Cocaina de la Indinaza, nananana... Viva la Revolución! Oh, bei dir ist der T-Rex unterwegs, Alter. Da muss das Glas grad wackeln. Was war das? Vámonos! 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 Ja! Ey, das hat ja so... We gotta find Emily! Should be this way! Focus on the driving, Mason! They're shooting at us! Lass in there, huh? Who the fuck is Ellis? Oh, shit! There's got a machine gun on the back of that jeep! We should be okay as long as we keep our distance from it! Hammer, 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 hammer. Watch out, Leo! They're gonna run you over! Go fast, Mason! Come on! Come on! Holy shit! Hey, der absolute Hammer, wie geil sich das auch steuern lässt, man! Wie geschmeidig! Ja, okay. Keiner will. Scheiße, 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 sobald du von der Rail runter bist, wird sie ein bisschen frittisch. Weeho! Weeho! Woohoohoo! Weeho! Weeho! Look out! They're blocking the road! Weeho! Look out! They're blocking the road! Let's see it! Let's go left! Come on! Huurr! Yes! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Hey! Leave! Leave! Oh mein Gott, 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 der Sau ist auch ein Fassack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg nur Herzinfacht. Ich bin mit Pause drücken, Mann. Okay, alles gut. Looks like they stopped the shooting. They must be up to something. Keep going. What the fuck was das? Ich bin leiser crazy! Wo sind die jetzt mit verfickten Jets hier am Hinterher, Herr Bonnama? Natürlich ergibt das keine Logik, aber kommt, das ist Machete-Style. Hier wird jetzt alles bis auf die Spitze übertrieben. Ja, okay. Ja, okay. Ah, fuck. Bist du das gerade gewesen, Herr Bonnama? Ganz ehrlich, das ist doch nur ein Psycho-Film für den Endsat 1, Alter. Jetzt geht das Geballer los, jetzt geht das Geballer los. Geh auf die Beine! Geh auf die Beine! Komm, 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 komm! Woher sind sie denn, Herr Bonnama? Ich weiß nicht, wir lassen sie aus unserer Beine! Fuck, 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 fuck! Halt die Kacke ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh, shit! Hier kommt ein anderer! Da ist ein Pfeil! Leo, zerstör die verdammte Fahrt! Ja, ja, wenn, ich mach ja schon! Ich mach ja schon! Leo, schau mal, wenn du dir glaubst, du hast! Da ist das Bischisch! Da ist das Bischisch! Alter, aber schieb sie mir für die Beine! Hammer, wie das Motorrad am Literal leer fliegen ist! Shit! Das war knapp. Du okay? Ja, ich bin okay. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this! Got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. Nice. That's a great idea! Hey, Emily! You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. Seine Haare sind voll geil. Rein grafisch. Und vielleicht auch so'n bisschen im Sinne von... Und vielleicht auch so'n bisschen im Sinne von... Oh! Na ja. So! Mal gucken, was jetzt noch kommt. Absolut! I'll do it! Schönes Auto, Alter. Was auch immer jetzt vielleicht auch noch kommt. Das hätten sie als Finisher direkt, Alter, mit... Paradise City, up in die Credits und bye-bye, Alter. Na ja. How are we doing? We should be landing in ten minutes. Shit, shit, shit. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. Yeah. You sure? Yeah. I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Fuck. Hau-ha! Alter Spiegel! Nein! 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 Huuu! was der anfang vom ende sein könnte oder der dieser für einen zweiten teil da hat man sich alle karten offen halten aber schauen wir mal was passiert fack auf sie everybody stand down hier go job k mit Alter, what the fuck, du missgeburten, nein, nein, ich hab's voll verdrängt, danke dafür, nein, nein. Das ist doch auch nicht koscher, Alter, was der an Armeen von Feinden niedergemetzelt hat, nein, 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 ey, what the fuck, hammer, die Rückblende dahin jetzt auch, ey, scheiße, hammer. Er hat das voll im Blick, man, sein beschissenes Bruder hat es nie gegeben, du Wichser, ey, ich hätt dir nicht die Genugtuung geben sollen, ey, what the fuck, Alter, auch richtig professional, Alter, mit dem passenden Van und 70er-Jahre-Umstand, nice. Alter, nice. Weiß in welchem Punkt sie sich auch einschleichen, Alter. Alter, you can trust me. What do you think? I can trust nobody. Huh. Severeer than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Alright, he's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go, go, go! What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? No. No. No! No! Gary! 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 Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Stay with me. Please! Fuck. I'm sorry, please! Somebody call an ambulance now! Get out! Hey, listen, Leo. Shut up. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the black warlock? What are you, deaf? Oh, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all going to rain down on your heart. You got it? You're going to have to talk at some point. You understand? He's not going to say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the black warlock, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this. And you know it. Just make it happen, James. You're under arresting me. Hammer, hammer, hammer. It's over. Alter. Alter. The switch. Nobody move! I'll fucking kill him! Oh my fucking goodness. Oh my fucking goodness. Hey. Take it easy, Leo. Fuck you, man. 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 Everywhere. And the points. Chill, man. Chill. Chill. Oh yeah. Oh yeah, man. Oh yeah. Oh yeah. I fucking trust you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig. Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Oh yeah, that makes me cry. Hey, hee, hey, 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 hey. Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! Was? 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 gasp Haaam Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede! Hammer, 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 meh! Fuck, 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 fuck! Verpiss dich! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Echt ohne Scheiße? What? Echter Spiel, was ist denn nicht in Ordnung mit diesem Spiel? Hey, for the action! We need him alive! We need him alive! We need him alive! Ohne Scheiße! Fahr zur Hölle! We need him alive! Was für eine dreckige, verfickte Lunge! We need him alive! I can't explain it so easily! Haha, that läuft! That läuft! That is the least. das überhaupt mit solcher INbus noch versuchst mich zur Hände zu schicken Hammer Der Hammer! 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 Das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Ey, der zieht! Was ist denn am Auskommend reingefahren? Ficke, 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 Ficke! Halleluja! Das ist fucking Face of Off, Alter. Im Auge des Feindes. John Travolta, Nicolas Cage, John, Meisterwerk! Da! Auf der Seite! Ich sehe ihn rauf! Set uns da oben! Interessant! Auf der Seite! Fuck, 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 fuck! Das ist fertig! Allright! Come on, hurry! Ich gehe den Weg! Allright! Gott, 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 Gott. Hammer! Hammer! Das ist ganz, 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 ganz großes Kino. Was ist Last of Us, Alter? Was ist Last of Us, Alter? Verpickter Behn und die Schrottel! Du bist ein totes Mann, du bist ein totes Mann! Was ist dein Sohn? Alex? Schau dich nicht! Du kannst nicht diesen Namen nennen! Du kannst nicht diesen Namen nennen! Hörst du das? Du bist ein totes Mann! 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 Hammer! 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 Absoluter Mann! Was ist jetzt denn los? Nein! 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 Das kommt gerade wie ein Metal-Diesel-Fundes. Nein! Und wie oldschoolig auch im Kontext der 90er. Wie lange ist es her, dass man einen Splitscreen auf allen fährt, als er jetzt übers E-Net, Alter, gezockt hat. Und dieses alte Feeling, das alte Feature, du siehst den anderen Wichser. GoldenEye, Alter. Weißt du, was das Ding ist? Ich dachte, die Scheiben lassen nichts durch. Who the fuck is Alice? Auch ein und dieselben Knarren, Alter. Da gibt's nichts zu machen. Mann, fahr doch zur Hölle, du beschissene Scheibe, Alter. Okay, Mann. Fuck, fuck, fuck! Die Dinger platzen ja weg! Das geht ja gar nicht! Das geht ja gar nicht! Give up, Leo! This won't end well! Oh, 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 der war kackt. Fuck, Alter. Ich brauch wieder Deckung. Beruig dich, Dinger, beruig dich, beruig dich. so richtig. Uh! Durch die Scheiben liegen beide da immer noch, ne? Ja, ja, das tickt schon ein bisschen. Nette Kisten, die du da am Start hast. Was schiebst du dir da jetzt für Effekte? Ey, der Hammer, der Hammer, der Hammer einfach, wenn man sich das auf der Hüte zergehen lässt, Alter. Das letzte Mal gab's das bei fucking Double Dragon Man auf dem NES, ey. Oh, da siehst du, Alter, ne? Wie du dein geschissenes, kleines Drecksknie einfahren musst, ne? Oh, haben wir hier einen Tessern. Oh, fuck dich, fuck dich, fuck dich, fuck dich, fuck dich, fuck dich, alter. Oh, das Ding ist weg, ist weg. Geil, geil. Richtig geil. Oh, das ist wieder weg, das ist wieder weg. Alter, 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 alter. Ganz sicher. Ey, du fährst ja. Wie viel Energie, Alter, wie viel Energie, Mann. Ey, das hält, das hält meine Birne nicht aus, ey. Alter, so lange kann ich den Druck nicht aufrechnen. Okay. Langsam kommt ein bisschen Flow in die Sache rein, Alter. Aber wie wir auch Zeit gleich am Nach Laden sind, das ist ganz großes Spiel. Fack, 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 fack. Halt die Fresse, ey. Nice, 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 nice. Richtig nice. Was ist abweichern los? Gibt es einen Locationwechsel oder was? Ey, nein, nein, wer rechnet denn mit sowas? Alter Schwede! Da ist die Unwissenhaut auch solch ein Segen. Das erste Mal ist immer das verfickte beste Mal, Alter. Fick dich! Fick dich, Digga! Fick dich! Von der Deckung, sehr schön. Nice, 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 nice. Ey, die Mucke auch, Alter. Unglaublich, unglaublich gut. Was geht da jetzt? Eine Wasserleitung. Fuck, 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 warum hast du noch so viel Energie, Alter? Scheiße, scheiße. Ich habe klar die beschissene Ausgangsfrage hier gerade. Komm schon. Du bist mir auch viel zu offensichtlich gerade. Komm, da war. Noch ist nicht aller Tage Ende. Ich komm wieder, keine Frage. Das war mein Film, Film Insan 1 oder was? Scheiße, scheiße. Fuck, 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 man. Drop it. Nein, was ist jetzt denn los? Was ist jetzt denn los? ? Ja, was ist denn los? Find sich das alles weg. Fuck das, duベelig. Es ist das alles weg. Geht es los. Geht es los. Geht es los. Ah, Gott... Oh, Gott... Fuck, Mann, fuck! Fuck!